Hallo liebe Leute des guten Geschmacks, weiter geht's hier. Folge 24 mittlerweile schon. Cyber Titi hat mich doch ein bisschen schon in seinen Bann gezogen und ich freue mich, wenn wir hier weiter vorankommen. Deswegen lange Rede gar keinen Sinn, wir zocken sofort los. Wir haben in der letzten Folge Staffel, äh letzte Folge Staffel 18, ne letzte Folge Level 17, äh Level 18 geschafft. So rum, Level 17 abgeschlossen, Level 18 jetzt erreicht und damit auch einen, zwei, drei, vier neue Karten bekommen. Und eine davon ist ja nun in unserem Deck, sodass unser Blaster dann hoffentlich 30% mehr Schaden zwischendurch mal erhält. Mal schauen, ob wir die auch kriegen. Ich bin sehr gespannt. Wir werden gleich zum Anfang mal die Geschwindigkeit der Waffen erhöhen. Und dann schicken wir wieder, genau, Viking los, damit der Electron Summit. Ja, aller Anfang ist noch ein bisschen langsam, aber da, hier, erhöht den Schaden aller Raketenwaffe um 30%. Das ist ja fast die, die wir wollten, nee, wir wollten natürlich eigentlich unsere, ja, unsere Blaster damit hinkriegen. Wir werden aber trotzdem den, äh, Schaden aller Raketenwaffe um 30% erhöhen. One Shot ist ja natürlich noch mit drinne. Und, naja, zurück und bereit wird die nächste Aufgabe. Das war nicht viel Elektrons gesammelt, muss ich ja sagen, mein Freund. Wir werden alle Raketen verursachen, einen EMP-Effekt beim Einschlag, der alle Fähigkeiten bei nahen Gegnern deaktiviert. Die nehmen wir mal, die EMP-Rakete. Kann zwar noch nicht wirklich sagen, was sie macht, was es hilft. Mal schauen. Als nächstes werden wir... Ist ja nichts hier. Wir haben ja gar keinen Korrosion-Statuseffekt. Na gut, aber den Schaden erhöhen wir mal, wenn wir einen kriegen. Das ist ja eine jetzt doofe Karte, muss ich ja ganz ehrlich sagen. Ich hab noch nie gehabt, dass sie so doof sind. Ganz schön viele Gegner hier. Ich wollte gerade sagen, irgendwann müssen wir mal hier unsere Reichweite erhöhen. Da hoffe ich, dass wir da jetzt mal was kriegen für die Reichweitenerhöhung. Hab ich den Schaden aller Blaster. Blaster schießen hier als erstes Ziel und treffen auch noch eins dahinter. Geschwindigkeit aller Blaster um 15. Wir nehmen den Schaden aller Blaster um 20% erhöhen. Ja, war ganz gut. Aber Reichweite bräuchten wir mal langsam. Das macht mir Sorgen, dass wir da bis jetzt noch keine Reichweite bekommen haben. Erhöht die Reichweite aller Blaster um 25% nehmen wir. Wenn ich auch gerne Reichweite für alle gehabt hätte. Aber wir wollen jetzt mal nicht so sein. So, was haben wir? Erhöht die Reichweite aller Waffen um 10%. Ja, das nehmen wir. Reichweite unseres Blasters. Reichweite unserer Raketenwerfer. Also wir sehen, ein bisschen was hat sich getan. Aber echt wenig Karten für Reichweite bis jetzt. Wir erhöhen den Schaden. Mal gucken wir mal uns an. Wir erhöhen mal den Schaden erstmal. Von unserem Blaster. Ja, zwei Schuss, dann sind die weg. Das ist ein guter Durchschnitt, finde ich. Und wir erhöhen den Schaden aller Blaster, der Schilden zugefügt wird um 25%. Das ist nämlich auch ein wichtiger Faktor. Den sollten wir uns nicht entgehen lassen. Beziehungsweise sollten wir ihn nicht unbeachtet lassen. So, sieht gar nicht so schlecht aus. Bin ich sehr zufrieden mit. Korrosionsstatus-Effekt fällt schon mal weg. Wir haben noch keinen korrosiven Kern. Keine abgeworfenen Bomben, also brauchen wir diesen korrosiven Kern auch nicht. Deswegen würde ich sagen, wir erhöhen den Schaden aller Waffen um 10%. Wir sind jetzt auch schon beim ersten Zwischenboss und schicken Viking nochmal los Elektrons zusammen. Wir erhöhen nochmal den Schaden aller Blaster, der Schilden zugefügt wird um 25%. Wie gesagt, das mit den Schilden sollten wir nicht außer Acht lassen. Das kann sein, dass uns das später wirklich noch nochmal rettet. Aber die Schilden, die sind schon echt böse. So, Raketenkernauswurf. Alle Raketen lassen Bomben fallen. Das nehmen wir. Ja, wir sehen auch, der Blaster tut's gut. Tut sein Gutes, so rum. Aber Geschwindigkeit ist mir echt noch zu langsam. Wir müssten mehr Geschwindigkeit mit reinbringen. Also, Geschwindigkeit aller Raketenwerfer, Schaden aller Blaster. Ja, höre die Geschwindigkeit der Raketenwerfer um 15. Wie sieht's mittlerweile mit den Raketenwerfer aus? Wie viel? Ja, der macht immer noch einen One-Shot. Das ist okay. Der Blaster ziert auch gut hier. Damit kann ich leben. Wir. Reichweite ist eigentlich in Ordnung. Dann werden wir nochmal den Schaden aller Blaster, der Schilden zugefügt wird, um 25% erhöhen. Ja. Sieht gut aus. Und ich hab das Gefühl, das macht sich wirklich bemerkbar. Weil ich denke, das hier sind die Schilde drumherum. Fügt jeder Raket eine Leseerweiterung hinzu, die jedem Gegner, den sie trifft, Schaden zufügt? Hm, 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 hm. Damit hätten wir wieder unsere Leseerweiterung. Die macht richtig Laune. Mit der, denke ich, werden wir wieder einen guten One haben. So, Raketenwerfer schießen jetzt nicht nur Laser, sondern sie haben ja auch, ähm, oh. Warum ist jetzt hier dann, äh? Blaster schießen drei Schuss direkt nach den Hand ab, bevor der übliche Codown einsetzt. Und dann haben wir deswegen eine niedrigere DPS. Und niedrigeren Damage? Ist das denn jetzt ein Bug da drinnen? Habe ich ja noch nie gesehen, dass es dann rot wird. Wir nehmen die trotzdem. Hm. Habe ich ja noch nie gesehen, dass dann bei der Karte das rot wird. Würde mich ja interessieren. So, wir werden die Anzahl an Elektrons, die bei Gegnern gefunden werden, um 20% erhöhen oder die Reichweite aller Waffen erhöhen. Hm. Wir erhöhen mal die Reichweite aller Waffen. Ansonsten sieht es echt top hier aus. Bin ich super zufrieden. Wenn ich bedenke, wir hatten zwischendrin mal, ähm, auch, also wir haben ja mal wieder denselben Run, dass es dann hier, äh, so lang geht mit den, ähm, also dass sie den Weg um den, umherum nehmen, so rum. Und da weiß ich noch, dass wir ganz am Anfang immer das Thema hatten, na, wie viele kommen jetzt in der ersten Hälfte rum und wie viele kriegen wir noch in der zweiten Hälfte ab, also, das hat sich definitiv verbessert. Oh, fügt Plastern ein, zusätzliches Projektieren zu nehmen, wir. Und wir schicken Viking nochmal los auf Elektronsuche. So, hier kommen jetzt unsere Freunde schon an. Oh, das sieht alles so gut aus. Das sieht echt gut aus, ja. Da müssen wir uns keine Sorgen machen. Wenn wir jetzt noch Schaden und Geschwindigkeit erhöhen, sehe ich uns da recht gut vorankommen. Reichweite erhöhen, Reichweite aller Blaster um 15, wir erhöhen die Reichweite aller Waffen um 20%. Und jetzt haben wir schon die ersten großen Gegner. Mal schauen. Wir haben zwar einen recht langen Weg, aber muss ich was machen? Ich will nichts machen. Ich will meine volle Integrität noch behalten. Nee, wir müssen nichts machen. Das sieht alles noch sehr gut aus. Können wir so lassen. Sehr schön. So, wir erhöhen die Geschwindigkeit der Raketenwerfer. Schnellere Raketenwerfer ist immer gut. Und damit kommt jetzt auch schon der zweite Zwischengegner. Wir sind jetzt bei Welle 20. Aber unsere Reichweite ist nicht sehr hoch. Hier werden jetzt welche durchkommen. Ich glaube, die werden wir nicht erreichen. Die hier hinten. Nee, den erreichen wir nicht. Die fliegen nicht durch. Also gehen wir... Ach, das erste Mal wirklich seit langem, dass wir wieder hier Integrität verlieren in diesem Level. Wir erhöhen den Schaden aller Wachen. Oder die Reichweite nochmal. Die Reich... Ich würde die Reichweite nochmal nehmen. Reichweite aller Blasen um 15%. Erhöhen. Und wo kommen sie? Von hier. Ja, sieht ansonsten eigentlich ganz knorke aus. Kann ich mich nicht beschweren. Aber jetzt kommen hier welche durch. Die müssen wir abfangen. Hier kommen nicht mehr viele. Hier sind noch einige, die kommen. Aber ist alles schicki. Das sieht doch gut aus. Ja, das kann man machen. Sehr hübsch. Und wir erhöhen die Geschwindigkeit der Blaster um 15. So, von wo kommen sie? Da hinten. Und wir könnten zwar nochmal Viking losschicken, würde ich jetzt aber allerdings ungerne machen. Ne, wir lassen ihn. Ja, jetzt wird es langsam kritischer. Dass wir auch überlegen müssen, wahrscheinlich mal bei tiefer Langsamung einzusetzen. Ich würde es noch nicht wollen. Sieht noch gut aus. Aber knapp. War jetzt pokern. Wir erhöhen den Schaden aller Blaster um 20 Prozent. Ja, wir setzen mal Viking ein. Und hoffen, verlangsamen müssen wir wahrscheinlich nicht. Nein. Das sieht noch ganz gut aus. Und wir erhöhen die Reichweite aller Blaster nochmal um 25 Prozent. Damit schießen unsere Blaster wahrscheinlich zuerst. Ja, unsere Blaster schießen jetzt noch vor unserem Raketenwerfer. Ist jetzt auch nicht schlimm. Aber unsere Blaster sind momentan das, was noch hinderlich ist. Da müssen wir auf jeden Fall noch dran arbeiten. Auch mehr Schaden. Aber sie kommen jetzt wenigstens gut zur Geltung hier. Das ist schon okay. Wir erhöhen die Geschwindigkeit der Blaster um 15 Prozent. Nochmal schnellere schießen. Ja, das kommt ganz gut. Projektile sind auch echt viele jetzt hier unterwegs. Aber wir brauchen Viking. Und wir erhöhen nochmal den Schaden aller Blaster um 30 Prozent. Das ist super. Da war die Karte, die wir jetzt in der letzten Folge freigeschaltet haben. Ja. Müssen wir verlangsamen? Schaffen wir es ohne? Ich glaube, wir würden einmal verlangsamen. Das ist sicher. Ja. Einmal ist okay. Und wir werden den Schaden aller Waffen nochmal um 10 Prozent erhöhen. Jetzt sind wir bei der Welle 27. Jetzt fängt es wieder an, kritisch zu werden. Wir haben noch 19 Integrität. Das ist okay. Aber es wird kritischer. Wir werden einmal verlangsamen. Dann müssen wir nochmal oder schaffen wir es so? Ich bin mutig, ich werde nicht nochmal verlangsamen. Sehr schön, schaffen wir es so. Dann erhöhen wir nochmal den Schaden der Blaster um 20 Prozent. Ja, und die Wege werden so kurz gerade. Das ist so übel. Und wir verlangsamen nochmal. Und was sage ich? Welle 28. Auch hier wieder uns kaputt machen. Alles einfach langsamen und reingeben, was geht. Damit so wenig wie möglich durchkommen. Aber... Fünf kamen durch. Wir erhöhen den Schaden aller Blaster nochmal um 20 Prozent. Aber das wird nicht reichen. Sie dürfen maximal... Naja, vier werden abgezogen. Vier mal 15, 20 sind ja auf dem Feld. Naja. Also zwei müssen auf jeden Fall down gehen, damit wir sicher in die nächste Runde kommen. Aber dann ist der Entgegner auch schon zwischen Boss. Ja, wir werden in die nächste Runde kommen. Aber fragt nicht wie. Zwei Integrität gehen wir rein. Wir erhöhen... ...die Reichweite aller Raketenwerfer um 15. Ach, du heiliger Stroh. Was ist das denn? Ach so. Ja, das war ja der, der jetzt hier seine... ...extra Schilde hat, die erst besiegt werden müssen, um dann ihn zu besiegen. Ach, du heiliger Strohsack. Ja, ja, ich erinnere mich. Kriegen wir doch nie. Den kriegen wir doch nie. Also wir haben schon viel geschafft, aber guckt euch das an. Der hat ja noch immer drei Viertel Lebensleiste und er geht gleich durch. Also, was das angeht... Ne, schaffen wir nicht. Schaffen wir nicht, schaffen wir nicht. Der ist schon... Der ist schon übel. Wenn ich es richtig interpretiere, müssen wir dafür sorgen, dass die zwei Satellitendrohnen von Mega Shield möglichst gleichzeitig ausgeschaltet werden. Dann ist der jeweils für kurze Zeit verwundbar. Da wir erst die Schilde der Drohne überwinden müssen, wäre ein Zusatzschaden gegen Schilde sicher auch sinnvoll. Haben wir ja gemacht. So ist es ja nicht... Das ist aber schon... Das ist schon übel gewesen. Okay. Haben wir aber gut trotzdem hingekriegt. Ich bin sehr zufrieden. Wir haben bald Level 19 erreicht. Mit ein bisschen Glück vielleicht sogar schon in der nächsten Folge. Also, wir haben noch 140.000, die wir machen müssen. Ich habe jetzt gar nicht geguckt, was wir jetzt in der letzten... Was wir jetzt in der Runde geschafft haben. Ist auch egal. Wir werden auf jeden Fall recht gut vorankommen. Und dann hoffe ich, dass wir dann... Aber ja, wir wissen jetzt, wie wir die dritte Welle besiegen. Wir müssen bis zur dritten Welle kommen. Das ist so das Wichtigste. In der dritten Welle haben wir halt also das Thema, dass wir Schilde haben. Und wir müssen da diesen Schild, die Stabilisator, den wir ja zuerst aufgebaut haben. Und auch sinnvollerweise aufgebaut haben. Also dann nutzen. Ist also gar nicht so verkehrt, dass wir das dann mit drannehmen. Ja, ansonsten sieht das alles ganz gut aus. Ich bin recht zufrieden. Ich hoffe, euch hat es auch wieder gefallen. Vergesst nicht abonnieren, kommentieren, liken. Und mit den Worten natürlich bis zum nächsten Mal. Ciao.